SRF Audio Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Unsere Themen an diesem 13. November. Wir zeigen, wie die Finanzkommission des Nationalrats den Ausbau bei der Armee finanzieren will und wo die Probleme bei diesem Vorschlag liegen. Wir fragen nach in den USA, welches Muster die Personalentscheide von US-Präsident Donald Trump zeichnen und warum sein designierter Mann für Regierungseffizienz, Milliardär Elon Musk, für einen diplomatischen Eklat mit Italien sorgt. Wir hören rein in die Debatte zur letzten Regierungserklärung der Ampel in Deutschland, die jetzt, wo der Termin für Neuwahlen feststeht, zum Wahlkampf auftakt wurde. Und wir lassen uns zeigen, wie die dritte Generation der Holocaust-Überlebenden mit dem vererbten Familientrauma umgeht. Die Fragen ersten sind die Großeltern erzählen jetzt auch, was sich die Zeit geändert hat. Und sie sind jetzt auch stolz auf die Großeltern. Der Rundgang durch eine Ausstellung in Wien hier. Der geplante Ausbau bei der Schweizer Armee soll im nächsten Jahr vor allem auf Kosten der Entwicklungshilfe finanziert werden. Das beantragt die Finanzkommission dem Nationalrat nach intensiven Diskussionen in den letzten drei Tagen. Auf diese Weise könnte die Schuldenbremse im Voranschlag für das Budget 2025 noch knapp eingehalten werden. In den Jahren danach jedoch drohen wegen der Zusatzausgaben für die Armee Defizite in Milliardenhöhe. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt. Die jährlichen Ausgaben der Schweizer Armee sollen bis in sechs Jahren fast verdoppelt werden. Das hat das Parlament gegen den Willen des Bundesrats bereits beschlossen. Rein rechnerisch bedeutet dies, dass das Armeebudget bis 2030 um je eine Milliarde Franken pro Jahr aufgestockt werden muss. Doch wo soll das Geld dafür herkommen? Die Finanzkommission beantragt dem Nationalrat, im nächsten Jahr noch nicht die ganze Milliarde für die Armee zusätzlich zu sprechen. 530 Millionen, sondern es sein, weil sonst die Schuldenbremse nicht mehr eingehalten werden könnte. Und diese 530 Millionen will die bürgerliche Mehrheit der Kommission durch Kürzungen in anderen Departementen finanzieren. Vor allem bei der Entwicklungshilfe, wie Kommissionspräsidentin Sarah Wies von der SP bekannt gibt. Es gibt drei grosse Posten, wo Kürzungen stattgefunden haben. Das ist einerseits bei der internationalen Zusammenarbeit 250 Millionen, dann beim Asylwesen über 100 Millionen und dann möchte man auch noch beim Personal kürzen, hier sind es 70 Millionen. Für die Entwicklungshilfeorganisationen ist der entscheidende Finanzkommission ein harter Schlag. Die bewährte internationale Zusammenarbeit werde so in Frage gestellt, schreibt Allianz Süd in einer Mitteilung. Völlig untauglich sei ein solches Bundesbudget, finden die Grünen. Und für Nationalrätin Tamara Funicello von der SP ist es inakzeptabel und unseriös. Wir haben der Armee einen Blankoscheck ausgestellt, weil die Armee weiss noch gar nicht, was machen mit diesem Geld. Es gibt Motionen, die darauf abzielen, dass die Armee sich jetzt überlegen soll, was sie mit diesem Geld machen sollen. Und das ist nicht seriös, das ist nicht, wie wir Finanzpolitik machen sollten in diesem Land. Und zuerst braucht es einen Plan und dann kriegt man das Geld für diesen Plan. Das stimme nicht, kontert Lars Guckisberg von der SVP. Die Armee habe sehr wohl einen Plan. Die Boden-Luft-Verteidigung ist dringend nötig, dass man diese jetzt beschafft. Aber wir haben auch bei den Schützenpanzern grossen Nachholbedarf. Das sind Bereiche, die wir jetzt endlich verbessern müssen, nachdem wir in den letzten 30 Jahren die Armee vernachlässigt haben. Nächste Woche berät die Finanzkommission des Ständerats das Budget des Bundes. Dann wird sich zeigen, ob die Vertreterinnen und Vertreter der Kantone die Entscheide aus der Nationalrätlichen Kommission mittragen. Die entscheidende Rolle hat dabei die Mitte-Fraktion, die in beiden Räten bestimmen kann, ob sich das rechte Lager mit SVP und FDP oder das linke Lager mit SP und Grünen durchsetzt. Philipp Matthias Bregi, der Präsident der Mitte-Fraktion, sagt, für seine Partei habe die Erhöhung der Mittel für die Armee Priorität. Er lässt allerdings durchblicken, dass die beantragte Kürzung von 250 Millionen Franken bei der Entwicklungshilfe nicht das letzte Wort sein könnte. Die Mitte-Fraktion wäre nicht unglücklich, wenn der Betrag noch ein wenig herunterkommen würde. Für uns ist einfach klar, es braucht mehr Mittel für die Sicherheit und die müssen irgendwo kompensiert werden. Fest steht schon jetzt, dass der Plan des Parlaments, der Armee im nächsten Jahr noch nicht die volle Zusatzmilliarde zu bewilligen, den Spardruck in den folgenden Jahren massiv erhöht. Denn die Armee muss dann deutlich mehr als eine Milliarde pro Jahr zusätzlich erhalten, damit die geplante Verdoppelung des Armee-Budgets erreicht werden kann. Das aber vergrössert die sich bereits abzeichnenden Defizite des Bundes in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Im Jahr 2028 zum Beispiel droht so, gemäss neuesten Zahlen, ein Minus von sagenhaften 4 Milliarden Franken. In den Nachrichten des Tages bleiben wir zuerst im Bundeshaus. Eine Initiative will, dass in der Schweiz mehr pflanzliche Lebensmittel hergestellt werden und dass sich die Schweiz stärker selbst versorgt. Dazu hat der Bundesrat heute Stellung genommen. Kevin Karnes. Der Bundesrat lehnt diese sogenannte Ernährungsinitiative ab. Und auch einen Gegenvorschlag dazu macht er nicht. Es sei nicht möglich, die Lebensmittelproduktion so schnell auf pflanzliche Kost umzustellen, wie es die Initiative verlangt, so der Bundesrat. Und um den geforderten Selbstversorgungsgrad zu erreichen, müsste zu stark in die Produktion und den Konsum von Nahrungsmitteln eingegriffen werden. Hinter der Initiative stehen zum Teil die gleichen Personen wie bei der Trinkwasserinitiative, die vor knapp dreieinhalb Jahren an der Urne abgelehnt wurde. In der Schweiz wird immer noch zu viel Strom verschwendet. Zum Beispiel, wenn das Licht in unbenutzten Räumen brennt oder die Klimaanlage läuft. Ein Bericht des Bundes zeigt, 13 Prozent des Stroms in Haushalten und Unternehmen verpufft ohne Nutzen. Das entspricht etwa sechs bis sieben Terrawattstunden pro Jahr. Und dabei sei die Stromverschwendung im Verkehr oder jene in der Landwirtschaft noch nicht einberechnet. Gegen die Stromverschwendung helfen könnte laut dem Bundesrat eine bessere Information der Bevölkerung oder technische Weiterentwicklungen. Eine Gesetzesänderung brauche es aber nicht. Bei einem Schwan im Urnersee ist die Vogelkrippe festgestellt worden. Es ist der erste Fall von Vogelkrippe in der Schweiz in dieser Saison. Die Behörden im Kanton Uri überwachen nun das Fundgebiet um das Reus-Delta. Dort müssen Geflügelhalter verhindern, dass ihre Tiere mit Wildvögeln in Kontakt kommen. Das Gefängnis von Bruntrut im Kanton Jura wird geschlossen. Das hat die jurassische Kantonsregierung entschieden, nach Kritik an den Haftbedingungen. Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter findet, die Haftbedingungen im Gefängnis von Bruntrut seien erniedrigend und rechtswidrig. Die Kantonsregierung sagt nun, das Gefängnis im Alten Schloss könne baulich nicht verbessert werden. Dem Kanton Jura fehlen damit künftig fast 100 Gefängnisplätze. Ins Ausland. Die spanischen Behörden warnen vor neuen Unwettern. In Malaga im Süden sind mehr als 3000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Einige Strassen seien nach heftigen Regenfällen überflutet, berichten spanische Medien. Der Bahnhof von Malaga wurde geräumt und der Busbetrieb in der Stadt wurde eingestellt. Auch für Teile von Katalonien gilt die Warnstufe rot. Schulen sind geschlossen und Strassen gesperrt. Vor zwei Wochen wurde die Region Valencia von schweren Unwettern getroffen. Dort haben die Behörden jetzt den privaten Verkehr wegen der neuen Unwetterwarnungen eingeschränkt. Wir kommen zu den Börsendaten von 18.08 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schliesst bei 11.704 Punkten minus 0,1 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4 Prozent. Der Euro wird zu 93,52 gehandelt und den Dollar gibt es für 88,49. Und was macht das Wetter? Ja, morgen hat es im Flachland und in den Alpentälern zum Teil noch Wolkenreste. Sie lösen sich dann stellenweise auf. Sonst wird es sonnig bei 6 Grad im Norden und 12 Grad im Süden. Der designierte Präsident der USA, Donald Trump, bereitet sich vor auf seine zweite Amtszeit. Heute ist er nach Washington gereist, trifft sich mit dem abtretenden Präsidenten Joe Biden und mit Kongressabgeordneten. Und er hat in den letzten Tagen eine Reihe von Personalentscheiden bekannt gegeben. So soll etwa der Fox-News-Moderator Pete Teskev Verteidigungsminister werden, Tesla-Chef Elon Musk, Co-Leiter einer neuen Behörde für Regierungseffizienz, Marco Rubio, Senator aus Florida, ist als Außenminister vorgesehen, um nur einige zu nennen. Frage jetzt an unsere USA-Korrespondentin Barbara Golpi. Mit Blick auf diese Namen zeichnet sich da ein Muster ab. Ja, es sind alles Leute, die auf Trump-Linie sind und bedingungslose Loyalität gezeigt haben und diese Trump auch für die Zukunft zugesichert haben. Das ist ein Unterschied zur ersten Amtszeit von Trump. Diese sogenannten «Adults in the room», die Erwachsenen im Raum, die als vernünftige Stimmen auch einmal etwas in Frage stellten oder dafür sorgten, dass die Dinge nicht zu sehr aus dem Ruder liefen. Solche Stimmen wird Trump in seinem künftigen Kabinett nicht mehr und auch nicht als Beraterpersonen. Gemässigte Republikanerinnen und Republikaner oder prinzipientreue Konservative sucht man bisher vergeblich bei den Personalernennungen von Trump. Und das ist sicher kein Zufall. Wie passt dazu die schillerndste Personalie, die Berufung von Elon Musk als Co-Leiter einer Behörde für Regierungseffizienz? Ja, Elon Musk hat schon signifikante finanzielle Mittel in Trumps Wahlkampf investiert und schon da dürften Eigeninteressen dabei gewesen sein, nämlich die Regierungsführung in eine Richtung zu lenken, die seinen unternehmerischen Zielen entspricht. Musk wird zusammen mit Vivek Ramaswamy diese Kommission für Regierungseffizienz leiten und nicht offiziell Teil der Regierung sein, aber eng mit dem Weissen Haus zusammenarbeiten, Empfehlungen abgeben. Musk wird versuchen, Einfluss zu nehmen. Und Trump wiederum verspricht sich, so ein Wahlversprechen umzusetzen, nämlich den Regierungsapparat zu verkleinern und den Verwaltungsapparat umzubauen. Musk hat auch wiederholt gegen bürokratische Hürden protestiert, die seiner Meinung nach Innovationen behindert. In seiner neuen Rolle könnte Musk versuchen, diese Hürden abzubauen. Entscheidungen kann Musk aber nicht treffen. Nun sind das Einzelpersonen gegenüber den ganzen Behörden, gegenüber auch der Tatsache, dass in den USA vieles auf Ebene der Bundesstaaten geregelt wird. Was können sie bewirken? Ja, in der Tat wird der Föderalismus grossgeschrieben in den USA, doch trotzdem ist die Auswahl von Personen, die Trumps politischen Ansichten teilen, in Schlüsselpositionen nicht zu unterschätzen. Denn diese Personen werden dafür sorgen, dass Trump eine kohärente politische Agenda vorantreiben kann. Das betrifft Bereiche wie Einwanderung oder Umweltpolitik und Wirtschaft. Denn diese Positionen sind entscheidend für die Umsetzung von Gesetzen und Richtlinien, die auf Bundesebene gelten. Trump wird bestimmt auf Widerstand aus gewissen Bundesstaaten stossen. Einzelne Gouverneure haben bereits angekündigt, dass sie rechtliche Schritte unternehmen werden, um progressive Politiken zu verteidigen. Und trotzdem, Trump will die Macht des Präsidenten erweitern und mit loyalen Personen in Schlüsselpositionen versucht er, die Checks and Balances, also die Kontrolle und den Ausgleich zu untergraben. Sie sprechen von einer kohärenten politischen Agenda, die er anstrebt. Wie viel hängt denn in dieser Hinsicht davon ab, ob es der republikanischen Partei gelingt, die Mehrheit auch in der zweiten Parlamentskammer im Repräsentantenhaus zu sichern? Das wird entscheidend. Vor allem eben, wenn es darum geht, neue Gesetze zu verabschieden im Kongress. So wie es momentan aussieht, dürfte die republikanische Partei nicht nur im Senat, sondern auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit sichern. Doch es dürfte eine sehr knappe Mehrheit werden. Das heisst dann auch, dass alle auf Parteilinie sein müssen, alle Republikaner. Und es ist auch jetzt schon klar, dass es Vakanzen geben wird, aufgrund der Nominierungen von Trump. Elie Stefanik zum Beispiel, die neue UNO-Botschafterin, muss als Abgeordnete ersetzt werden. Oder Mike Waltz, der Berater für Sicherheitsfragen. Es wird Ersatzwahlen geben. Das könnte das Tempo bremsen, das Trump vom ersten Tag an anschlagen will. Jedoch eben nicht die Möglichkeiten einschränken, mit einer republikanischen Mehrheit in beiden Kammern der Legislative Gesetze nach seiner Agenda zu verabschieden. Und wie viel Einfluss Trump auf den Kongress nehmen will, zeigt sich schon jetzt. Der Senat hat soeben John Toon als neuen Mehrheitsführer gewählt. Und Trump hat bereits auf True Social angekündigt, dieser solle dann dafür sorgen, dass Trump auch Nominierungen ohne die formale Bestätigung durch den Senat vornehmen könne. Das ist temporär möglich, wenn der Senat nicht tagt. Doch Trump möchte den Senat ganz umgehen. Was heisst das alles für die Politik in den USA in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren? Ja, Trump will seine Macht ausbauen. Und eben im Gegensatz zu seiner ersten Amtszeit ist er jetzt bereit, oder zumindest sehr viel besser vorbereitet. Es geht ja nicht nur um die Nominierungen dieser Schlüsselpositionen, sondern ein Präsident kann zurzeit rund 3.000 bis 4.000 Personen für Regierungsposten nominieren. Denkfabriken wie die Heritage Foundation durchleuchteten bereits seit einem Jahr Tausende geeignete Kandidatinnen und Kandidaten. Und mehr noch, Trump will aus bis zu 50.000 Beamtinnen und Beamten politische Mitarbeitende machen, die er auch nominieren kann. Er hat ein entsprechendes Dekret bereits kurz vor Ende seiner ersten Amtszeit verabschiedet Präsident Biden hat dann dieses Dekret wieder aufgehoben. Und Donald Trump will einen Rechtsrahmen schaffen, der es ihm ermöglicht, staatliche Mittel zu seinem eigenen Schutz einzusetzen, seine politischen Gegner anzugreifen. Und er will versuchen, seine politischen Ziele auch ohne Zustimmung des Kongresses durchzusetzen. Also da gibt es schon Mechanismen. Er greift den Präsidenten illegale oder verfassungswidrige Massnahmen, können Regierungsanwälte diese blockieren. Denn doch auch diese Schlüsselpositionen will Trump mit Loyalisten besetzen. Und natürlich gibt es auch noch den Supreme Court. Doch Trump konnte in seiner ersten Amtszeit drei Richterposten besetzen. Und seither ist der oberste Gerichtshof nicht nur konservativer geworden, sondern auch skeptischer gegenüber der Verfassungsmässigkeit des Verwaltungsapparats. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Das war USA-Korrespondentin Barbara Golpy. Wie auch immer die nächsten vier Jahre in der US-Politik aussehen werden, Tesla-Gründer und X-Besitzer Elon Musk durfte da kräftig mitmischen. Noch hat der Milliardär keine offizielle Rolle, aber er provoziert schon ein diplomatisches Zerwürfnis mit Italien. Musk mischt sich unverhohlen in die italienische Innenpolitik ein, indem er den Rücktritt von Richterinnen und Richtern fordert, die wegen der Flüchtlingslager in Albanien den Europäischen Gerichtshof anrufen. Darauf hat heute kein Geringerer als Staatspräsident Sergio Mattarella geantwortet und sich die Einmischung Musks verbeten. Aus Rom, Franco Battel. Elon Musk scheint Italien zu mögen. So sehr, dass er gern noch mehr Italienerinnen und Italiener hätte. «Mach doch bitte mehr Kinder», rief Musk Leuten in Rom vor kurzem an einer politischen Veranstaltung zu. Musk mag aber auch Giorgia Meloni. Er besucht sie regelmässig in ihrem Römerpalast. Sie machen dort zusammen Selfies und sie schicken sich, so hört man, Textnachrichten. Und nun kümmert sich Elon Musk auch eifrig um Italiens Richterinnen und Richter, nämlich um jene, die in den letzten Wochen entschieden, Asylsuchende aus Ägypten oder Bangladesch müssten nicht nach Albanien, sondern hätten Anspruch auf ein Asylverfahren in Italien. Das findet Musk schändlich und er fordert die entsprechenden Richter zum Rücktritt auf. Das schlug in Italien gestern wie die sprichwörtliche Bombe ein. In allen Zeitungen, Tagesschauern oder wohl auch in vielen italienischen Bars sind Musk und seine Einmischung das Thema Nummer eins. Kein Wunder, dass darum heute auch die Nummer eins im Staat Italien, Präsident Sergio Mattarella, reagierte, ja reagieren musste mit einem Kommuniqué. Souveränität, das ist ein Wort, das sonst Premierministerin Meloni oft und gerne gebraucht. Gratistipps fremder Staaten oder Politiker wies sie immer wieder energisch und postwendend zurück. Zurecht, finden hier viele. Nur auf Masks Einmischung in die italienische Justiz hat Meloni nicht direkt reagiert, sondern lediglich verlauten lassen, sie respektiere die Stellungnahme Mattarellas. Eine sehr vorsichtige Reaktion, die Bände spricht. Meloni ist zwischen die Fronten geraten. Auf der einen Seite weiss sie, dass man solche Einmischungen in Italien, wie auch sonst wo, überhaupt nicht schätzt. Andererseits aber will sie ein gutes Verhältnis zu Trump aufbauen und ihre Freundschaft mit Musk bewahren. Dabei hat Meloni handfeste Interessen. Sie hätte es gerne, dass Musk seine Elektroautos auch in Italien produziert oder dass Musk mit seinen Satelliten abgehängte italienische Regionen mit Internet versorgt. Für Italiens Regierungschefin zeichnet sich also ein mühsames Lavieren ab. Darauf verweist die linke Opposition süffisant und merkt an, wäre Musk Italiener, er würde wohl bestraft. Denn eines seiner Kinder wurde von einer Leihmutter geboren. Und auf Melonis Wunsch hat Italien die Strafen für die Leihmutterschaft eben erhöht. Zumindest bei den Kindern sind Musk und Meloni also unterschiedlicher Meinung. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen Schauplätzen in den nächsten Minuten. Deutschland, wo sich die Parteispitzen rüsten für den Wahlkampf. Das zeigt heute die Debatte im Parlament. Somaliland, wo sich verschiedene Präsidentschaftskandidaten in einem Thema einig sind. Sie alle wollen mehr internationale Anerkennung für die Unabhängigkeit ihres Landes. Sri Lanka, wo der erste linke Präsident des Landes auf eine Parlamentsmehrheit hofft. Und Österreich, wo eine neue Ausstellung zeigt, wie die Enkelkinder von Holocaust-Überlebten mit ihrem Familientrauma umgehen. Die Affische versprach einen spektakulären Showdown am Nachmittag im Bundestag in Berlin. Eben erst fand sich nach lautem Streit ein Termin für vorgezogene Neuwahlen Ende Februar. Jetzt setzte Kanzler Olaf Scholz zur Regierungserklärung an mit anschliessender Debatte. Man durfte auf die Reden gespannt sein, hat doch der Wahlkampf spätestens jetzt begonnen und mit der Diskussion heute eine grosse Auftakt-Arena gefunden. Selbst Markus Söder, bayerischer CSU-Ministerpräsident, war aus München angerast. Zur Verstärkung von CDU-Chef Friedrich Merz. Eine Premiere. Deutschland-Korrespondentin Simon Fazer hat zugehört. Es war schon etwas ungewohnt, diese Gesichter auf der Regierungsbank. Dort, wo jetzt drei Jahre lang Finanzminister Lindner sass, war der neue SPD-Finanzminister. Er wird dort nur für wenige Monate sitzen. Lindner dafür im Plenum, über einem kleinen Durchgang direkt neben Friedrich Merz. Genau die Nähe, die er explizit bei diesen Wahlen sucht. Kanzler Scholz setzte zum Eigenlob an und versuchte nochmals Werbung zu machen für Gesetze, für die seine rot-grüne Minderheitsregierung die Union braucht. Mein Angebot steht deshalb. Lassen Sie uns zum Wohl des Landes bis zur Neuwahl zusammenarbeiten. Und es geht dabei ausschließlich um Vorhaben, die einigungsfähig sind für eine gute Mehrheit, eine demokratische Mehrheit in diesem Bundestag. Es sind nicht Dinge, auf die man nur mit einer Mehrheit kommen kann, wo es unterschiedliche Positionen gibt. Er zeigte sich überhaupt als Kämpfer für Kompromisse quasi, für das Sowohl-als-auch. Ich werde die Bürgerinnen und Bürger niemals vor die Wahl stellen. Entweder wir investieren in unsere Sicherheit oder in gute Arbeitsplätze und Wirtschaft und Infrastruktur. Entweder wir geben Geld für die Bundeswehr oder wir haben sichere Renten. Entweder wir unterstützen die Ukraine oder wir investieren in Deutschland. Dieses Entweder-oder ist falsch und führt unser Land in die Irre. Scholz muss die Übergangszeit unter einen Hut bringen, wo er auf die Union angewiesen ist für Gesetze und den eigenen Wahlkampf, wo er sich abgrenzen will. Er hielt schon mitreissendere Reden. Gespannt war man auf den Kanzlerkandidaten der CDU-CSU-Fraktion Friedrich Merz. Der Würde schrieb die Presse, die wohl wichtigste Rede seiner Karriere halten. Die Umfragen sehen ihn als nächsten Kanzler. Natürlich teilte er nochmals richtig aus gegen das gescheiterte Ampel-Experiment. Wer Scholz' Rede gehört habe... Der muss sich vorkommen wie in einer Geisterstunde. Das, was Sie hier vorgetragen haben, Herr Bundeskanzler, ist nicht von dieser Welt. Er wurde durchaus persönlich gegen seinen mutmasslichen Hauptgegner im kommenden Wahlkampf. Donald Trump kennt Ihren Namen nur aus dem G20-Gipfel in Hamburg, den Sie so grandios organisiert haben. Aus dem Zusammenhang kennt Donald Trump Ihren Namen. Und glauben Sie mal nicht, dass Sie irgendeine Autorität hätten, noch im Weißen Haus mit diesem neuen amerikanischen Präsidenten zu sprechen. Der wird Sie wie ein Leichtgewicht abtropfen lassen. Merz kündigte eine grundlegend neue Politik an. Migration, Wirtschaft, Außenpolitik und Sicherheit. Da platzte ihm, ob der AfD, die Hutschnur. Und da Sie ständig dazwischen schreien, will ich Ihnen eines sagen. Weder vorher noch nachher, noch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt, gibt es eine Zusammenarbeit meiner Fraktion mit Ihren Leuten. Egal mit wie vielen Leuten Sie hier im nächsten Deutschen Bundestag sitzen werden. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte eine Panne mit dem Regierungsflieger und fehlte. Außenministerin Annalena Baerbock sprang ein und hielt ein Plädoyer für mehr Zuversicht, schliesslich sei Deutschland stark. Und weiter? Die Antwort auf America first muss sein. Europe united, mit einem starken Deutschland, das bereit ist zu führen, Verantwortung zu übernehmen, für den Frieden in Europa, für die Menschen in unserem Land, ob alt oder jung, groß oder klein. Markus Söder, Ministerpräsident aus Bayern, hatte seinen ersten Auftritt im Bundestag überhaupt. Er warf Kanzler Scholz ein grosses Ego vor und verteilte ihm schlechte Stilnoten. Nun mag Söder wohl für Ego als Experte gelten, nicht aber unbedingt für Stil. Ganz so viel Schub wie im bayerischen Bierzelt gab es im Hohen Haus nicht. Aber Kritik an Habeck und den Grünen natürlich schon. Ein bisschen weniger Vogue, Diverse Gender, mehr Leistung, Fleiss und Pünktlichkeit, das sind die deutschen Togenden, die wir wieder brauchen. Das macht unser stark, meine Damen und Herren. Er lobte Kompetenz, Führungskraft und Erfahrung von Friedrich Merz. Nur wer genau hinhört, merkt, da fehlt die Regierungserfahrung. Schliesslich sorgte der Bayer in Berlin noch für einen parteiübergreifenden Lacher, zu einer Aussage von Scholz im Fernsehen über Merz. Herr Bundeskanzler, Sie haben irgendwo gesagt, Sie seien cooler. Das kann nicht sein. Ich kenne keinen, der Uncooler in Deutschland ist als Sie, lieber Herr Scholz. Ehrlich. Das fand nun sogar Scholz lustig. Der Bericht von Simon Fazer Heute wählt Somaliland einen neuen Präsidenten. Das ist insofern speziell, als Somalilands internationale Position eine spezielle ist. Somaliland hat sich vor über 30 Jahren nach einem blutigen Bürgerkrieg von Somalia unabhängig erklärt. Die Souveränität der Republik wird zwar international nicht anerkannt, doch faktisch ist die Regierung unabhängig. Die Republik verwaltet sich selbst. Und das, so scheint es, einigermassen erfolgreich. Kaum ein Land am Horn von Afrika ist in den vergangenen Jahrzehnten stabiler und sicherer gewesen. Warum ist das so? Das habe ich Afrika-Korrespondent Fabian Urech gefragt. Somaliland hat sicher davon profitiert, dass lange eine sehr starke Konsenskultur herrschte. Das heisst, man hat in der Politik miteinander gearbeitet und eben nicht gegeneinander. Dabei geholfen hat sicherlich, dass man ein gemeinsames Ziel hatte, nämlich das Ziel, dieses Land aufzubauen, dieses Land voranzubringen. Und geholfen hat wohl auch, dass viele Somaliländer, die im Ausland lebten, für dieses Ziel nach Somaliland zurückgekommen sind. Als ich selbst vor einigen Jahren in Somaliland unterwegs war, traf ich etwa in Ministerien immer wieder Leute an, die mit britischem Akzent Englisch gesprochen haben. Und das waren eben Leute, die in Grossbritannien aufgewachsen waren und nun in ihr Heimatland zurückgekehrt waren, um dieses aufzubauen. Also einigermassen stabile Situationen, gleichzeitig fehlt die internationale Anerkennung. Wie wirkt sich das im Alltag aus? Wie geht es den Leuten? Das Erstaunliche an Somaliland ist ja eben, dass dieses Land, das zumindest völkerrechtlich keines ist, wie ein Land funktioniert. Das heisst, es gibt vor Ort Ministerien, es gibt Gerichte, es gibt eine Verfassung, es gibt eine Polizei, sogar eine Armee und es gibt mit dem Somaliland Schilling sogar eine eigene Währung. Aber eben kein anderes Land anerkennt Somaliland und das ist ein grosses Problem. Das Land ist dadurch nämlich politisch fast komplett isoliert. Es hat zudem praktisch keinen Zugang zu den internationalen Finanzmärkten. Auch Entwicklungszusammenarbeit ist schwierig. Und nicht zuletzt können viele Somaliländer und Somaliländerinnen nicht reisen, weil ihr Pass nirgendwo anerkannt wird. Und das alles trägt nun dazu bei, dass Somaliland bis heute sehr arm geblieben ist. Im Schnitt verdienen die Menschen in Somaliland pro Jahr umgerechnet gerade einmal 1'000 Franken. Warum anerkennt niemand diesen funktionierenden de facto Staat? Das hat vor allem damit zu tun, dass sich viele Länder in der Region selbst mit sezessionistischen Gruppen und Unabhängigkeitsbewegungen herumschlagen. Und viele Regierungen in Afrika, aber auch anderswo, haben deshalb das Gefühl, dass eine Anerkennung Somalilands quasi die Büchse der Pandora öffnen würde. Das heisst, dass eine Anerkennung viele andere Regionen in Afrika ebenfalls dazu motivieren könnte, nun mit noch mehr Nachdruck die eigene Unabhängigkeit anzustreben oder einzufordern. Gefährdet denn das Bemühen um internationale Anerkennung die Stabilität, die Somaliland in den letzten Jahrzehnten ausgezeichnet hat? Ja, diese Gefahr droht tatsächlich. Das hat sich letztmals im Januar dieses Jahres gezeigt. Damals schloss Somaliland einen Deal mit dem Nachbarland Äthiopien ab. Dieser Deal sieht offenbar vor, dass das Binnenland Äthiopien den grössten Hafen von Somaliland kontrollieren darf und dass Äthiopien im Gegenzug Somaliland als erster Staat in Afrika überhaupt anerkennt. In der Nachbarschaft kam dieser kontroverse Deal sehr schlecht an. Die Regierung Somalias reagierte besonders erbost und sprach von einer Zitat «unverhohlenen Aggression» und auch die beiden Nachbarländer Ägypten und Djibouti drohen nun mit Konsequenzen. Also geopolitisch durchaus angespannt. Welche Rolle spielt vor diesem Hintergrund die Präsidentschaftswahl von heute? Interessant ist vor allem, dass die drei Kandidaten der Präsidentschaftswahl zwar unterschiedliche Programme haben, aber alle teilen ein Ziel, nämlich endlich diese internationale Anerkennung von Somaliland zu erreichen. Man hat nun über 30 Jahre darauf gewartet. Man hat, so ist man in Somaliland überzeugt, der Welt gezeigt, dass dieses Land funktioniert, dass es existenzfähig ist und man scheint nun eben bereit, auch grössere Risiken in Kauf zu nehmen, um dieses Ziel der Anerkennung zu erreichen. Das heisst, egal wer diese Wahlen heute gewinnt, Somaliland dürfte in den nächsten Jahren noch stärker darauf drängen, endlich einen Platz in der internationalen Staatengemeinschaft einzunehmen. Afrika-Korrespondent Fabian Urech Bereits vor zwei Monaten hat Sri Lanka einen neuen Präsidenten gewählt. Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit von Grossbritannien regiert ein Linker den Inselstaat und nicht die alte Elite. Doch die Macht des neuen Präsidenten Anura Kumara di Sanayake und seines politischen Bündnisses, ein Zusammenschluss aus linken Parteien, Gewerkschaften und Gegnerinnen des alten Regimes, ist beschränkt. Um ihre Wahlversprechen einlösen zu können, brauchen sie eine Mehrheit im Parlament. Darum steht viel auf dem Spiel, wenn die Bevölkerung Sri Lankas dieses Morgen neu bestimmt. Süd-Asien-Korrespondentin Marin Peters. Der Marxist Anura Kumara di Sanayake hat die Präsidentschaftswahl im September zwar gewonnen, aber seine linke NPP hielt dem alten Parlament, das er kurz nach der Wahl auflöste, nur drei der 225 Sitze. Die Mehrheit stellten konservative Parteien. Die große Frage ist nun, ob die Welle, die den Außenseiter di Sanayake ins Amt spülte, auch seiner Partei zu einer Mehrheit bei der Parlamentswahl verhilft. Di Sanayake gibt sich selbstbewusst. Wir haben gesagt, dass wir die Wahl so klar gewinnen, dass unsere Gegner weinen werden, sagte der 55-Jährige im Wahlkampf. Wichtigster Herausforderer ist der konservative Oppositionsführer Sajid Premadasa mit seiner SGB-Partei. Der Sri Lanka-Kenner Alan Keenan von der Brüsseler Denkfabrik International Crisis Group erwartet einen Sieg der linken NPP. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Di Sanayakes Partei die Parlamentswahl gewinnt, sagt Keenan. Die Frage sei nur, ob sie die erhoffte Zweidrittelmehrheit erringen könne. Mit einer Zweidrittelmehrheit könnte Di Sanayake die Verfassung ändern oder sogar eine ganz neue Verfassung auf den Weg bringen. Di Sanayake und seine Partei wollten mit einer Verfassungsänderung die starke Rolle des Präsidenten schwächen. Denn frühere Präsidenten, wie die Brüder Rajapaksa, hatten ihre Machtfülle in der Vergangenheit missbraucht. Stattdessen wolle Di Sanayake dem Parlament mehr Macht geben, sagt Keenan. Außerdem habe der neue Präsident versprochen, der unterdrückten tamilischen Minderheit in einer neuen Verfassung mehr Rechte einzuräumen. Die Unterdrückung der tamilischen Minderheit durch die singalesische Mehrheit war einer der Gründe für den jahrzehntelangen blutigen Bürgerkrieg in Sri Lanka. Es kommt nicht von ungefähr, dass der neue Präsident, der selbst zur singalesischen Mehrheit gehört, der tamilischen Minderheit mehr Unterstützung in Aussicht gestellt hat. Di Sanayake braucht sowohl die Stimmen der tamilischen als auch der muslimischen Minderheit, um eine Mehrheit im Parlament zu erreichen. Diese stellen zusammen rund ein Viertel der Wählerschaft. Auch für den Fall, dass es Di Sanayake und seiner NPP wiedererwarten nicht gelingen sollte, zumindest die Hälfte der Stimmen zu gewinnen, braucht er Koalitionspartner. Falls die NPP weniger als die Hälfte der Stimmen holt, wäre es für sie am einfachsten, sich mit tamilischen und muslimischen Abgeordneten zusammenzutun, sagt Politbeobachter Alan Keenan, vorausgesetzt, diese gewinnen genügend Sitze. Für Di Sanayake wäre eine Koalitionsregierung ein Worst-Case-Szenario. Eigentlich strebt er mit seiner NPP die Alleinherrschaft an. Sie seien angetreten, um mit dem verrotteten alten System aufzuräumen, sagt Keenan. Darum wollten sie nicht mit anderen Parteien zusammenarbeiten. Erst recht nicht mit den Etablierten, die für Misswirtschaft und Korruption im Land verantwortlich gemacht werden. Und für die tiefe Wirtschaftskrise, von der sich Sri Lanka noch nicht erholt hat. Auch wenn die Ziele des neuen Präsidenten und seiner Partei ehrenwert erscheinen, der Gedanke an die Dominanz einer einzigen Partei im Parlament löst bei vielen Sri Lankern Unbehagen aus. Denn zu Di Sanayakes NPP-Allianz gehört auch eine Partei mit marxistisch-revolutionärer Vergangenheit, die Anfang der 1970er und Ende der 1980er Jahre an blutigen Aufständen gegen Regierungen beteiligt war. Viele befürchteten, dass die alten Dämonen der Vergangenheit wieder auftauchen könnten, wenn die NPP zu stark werde, sagt Beobachter Alan Keenan von der Crisis Group. Wie groß die Angst vor den Dämonen der Vergangenheit ist, wird sich morgen bei der Parlamentswahl zeigen. Bald 80 Jahre ist das Ende des Zweiten Weltkriegs her. Allmählich stirbt die Generation der Überlebenden des Holocausts. Ihre Geschichte, aber auch ihr Trauma haben sie an ihre Nachkommen weitergegeben, an ihre Kinder und ihre Enkelkinder. Diese Generation setzt sich deutlich offensiver und öffentlicher mit der Familiengeschichte auseinander als noch ihre Eltern und Grosseltern. Das Jüdische Museum in Wien zeigt derzeit in einer Ausstellung, wie Künstlerinnen und Künstler dieser dritten Generation mit dem vererbten Trauma umgehen. Aus Wien, Peter Vögelin. Sabine Apostolo ist eine der Kuratorinnen der neu eröffneten Ausstellung. Sie beginnt den Rundgang bei einigen scheinbar unverfänglichen Schwarz-Weiss-Fotos. Man sieht Fotografien von einem Weingarten im Winter, ohne Laub. Könnte ja durchaus ein Sujet für österreichische Werbung sein, Wein als eines der Kulturgüter Österreichs. Ist es aber nicht. Das Bild stammt von Dan Glaubach, Sohn und Enkel von Holocaust-Überlebenden, die nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst nach Palästina emigriert und dann nach Europa in die Nähe von Wien zurückgekehrt waren. Und ihr Enkel ist immer wieder besuchen gekommen und an einem Wintertag hat er plötzlich diese Weingärten gesehen, wo die Weinreben so ganz kahl, ganz dünn, ganz streng aneinandergereiht sind und hat nicht einen Weingarten gesehen, sondern einen Appellplatz im KZ. Wie Traumata vererbt werden, ist ein grosses Thema in der Psychologie. Und wie die Enkel damit umgehen, in diesem Fall künstlerisch, ist Thema der Ausstellung »Die dritte Generation – Der Holocaust im familiären Gedächtnis«. Die erste Generation habe geschwiegen, die zweite nicht gefragt. Das ist bei der dritten Generation ganz anders. Die Fragen erstens, und die Grosseltern erzählen jetzt auch, auch, was sich die Zeit geändert hat. Und sie sind jetzt auch stolz auf die Grosseltern. Also das zeigt sich zum Beispiel auch in den Tätowierungen. Es ist ja auch ein Modetrend in der dritten Generation, dass sie sich die Haftnummern der Grosseltern eintätowieren lassen. Das ist natürlich doppelt provokant, weil im Judentum Tätowierungen eigentlich verboten sind. Die Geschichte wird von der dritten Generation quasi neu interpretiert und manchmal in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit freigelegt. Ein Beispiel. Als der Regisseur Arnon Goldfinger und seine Geschwister den Besitz ihrer verstorbenen Grossmutter räumten, entdeckten sie nicht nur, dass ihre Wohnung in Tel Aviv genau gleich wie die früher in Berlin eingerichtet war, sondern auch verschiedene Exemplare der Nazi-Zeitschrift »Der Angriff«. Darin die Artikelserie »Ein Nazi reist nach Palästina«. Sie finden das und Sie finden eine Münze. Auf der einen Seite ein Davidstern und auf der anderen Seite ein Hakenkreuz mit genau derselben Aufschrift. Und Sie verstehen natürlich nicht, was tut das in der Wohnung der Grosseltern. Und er beginnt zu recherchieren. Und erfährt, dass seine Grosseltern mit dem SS-Offizier Leopold von Wildenstein befreundet gewesen waren, einem Vorgänger von Adolf Eichmann, dem späteren Organisator des Holocaust. Goldfingers Grosseltern und der Nazi waren befreundet, sogar noch nach dem Krieg. Sie waren 1936 als Zionisten von Berlin nach Palästina emigriert und hatten den SS-Offizier auf jener beschriebenen Reise durch Palästina begleitet. Doch warum die Münze mit Davidstern und Hakenkreuz? Weil sozusagen am Anfang, in den frühen 1930er Jahren, wollten die Nationalsozialisten und die Zionisten mehr oder weniger das gleiche. Die Nationalsozialisten wollten ja in den frühen 30er Jahren Juden nicht ermorden, sondern vertreiben und berauben. Und die Zionisten wollten, dass möglichst viele Juden nach Palästina gehen und Israel gründen. Wie mit dieser Geschichte umgehen. Arnon Goldfinger drehte einen Film darüber, obwohl er sich nicht sicher war. War das jetzt eigentlich seinen Grosseltern recht, dass er das alles enthüllt hat? Und wahrscheinlich war es ihnen nicht recht, weil es war ja ein Familiengeheimnis. Und was ist eigentlich seine Rolle? Darf er das? Muss er immer das tun, was die Grosseltern wollten? Und das ist natürlich eine Situation der dritten Generation, die es auch gibt. Und die sehr verblüffend ist, wenn man solche Geschichten nicht kennt. Paradox ist auch, dass in den 2010er Jahren viele Juden nach Berlin in die Hauptstadt der Täter zogen. Das sei bei Wien nicht der Fall, sagt Sabine Apostolo. Aber in der Ausstellung befindet sich ein besonderes Deutschbuch für Israeli. Was auch sozusagen darstellt, dieser Trend, dieses Interesse in Israel, plötzlich Deutsch zu lernen. Deutsch war ja immer natürlich mit Deutschland verbunden. Es war verbunden mit einer Faszination für diese deutsche Kultur. Und es war natürlich die Sprache der Täter. Und es war für viele, viele haben es total abgelehnt. Es war ja auch in der Frühzeit verboten, Deutsch zu sprechen. Und sozusagen die Universitäten mussten wirklich dafür kämpfen, dass sie Deutsch unterrichten durften. Die Studenten mussten dafür kämpfen, einen Deutschunterricht einzufordern. Und das ist mittlerweile so, dass es eigentlich eine der beliebtesten Femmsprachen in Israel geworden ist. Warum? Für viele Holocaust-Überlebende blieb Deutschland irgendwie Heimat, obwohl es auch Heimat der Mörder war. Und das vererbte sich. Ein letztes Beispiel. Im Film «Back to the Fatherland» besucht Juri seinen Enkel Guy, der ausgerechnet in Wien lebt. Ausgerechnet, weil Juri als Kind dort verhaftet und in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert worden war. Juri ist nur dieses eine Mal nach Wien zurückgekehrt. Aber zu Hause in Israel hat er in einer Modelleisenbahnanlage sein Leben als Landschaft nachgebaut. Es gab Österreich, es gab Theresienstadt und Israel. Und er hat auch recherchiert die Zugnummer mit dem Zug, in dem er deportiert worden ist und hat das Modell davon gekauft. Sabine Apostolo kann es kaum glauben. Man muss sich nur vorstellen, der Guy, der Enkelsohn, ist aufgewachsen, in dem er mit der Landschaft gespielt hat, aus der sein Großvater vertrieben wurde, in der sein Großvater deportiert wurde und wo er dann eine neue Heimat gefunden hat, mit dem Zug, in dem sein Großvater deportiert wurde. Die Ausstellung fokussiert sich zwar auf die dritte Generation von Holocaust-Überlebenden, aber sie gilt auch universell für die Vererbung von und den Umgang mit Traumata. Der Beitrag von Peter Vögerli, der Schlusspunkt im heutigen Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.42 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Markus Hofmann. Für die Nachrichten Jan Grüeble am Mikrofon Christina Scheidegger. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.